Musik So meine Freunde, wir sind hier im Stall, herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Auf jeden Fall seht ihr im Hintergrund erstmal BO2 Nuklear, BO2 mein Gott, Black Ops 2 Nuklear Quad Fail 100+, Non-Leave auf jeden Fall, richtig fresh. Das Gameplay hatte schon Prona the Man in seinem Ankündigungsvideo an dem guten geilen Tag Freitag auf Team Victory. Checkt auf jeden Fall den Kanal ab, dann kommt wieder ein neues Video von mir. Und ja, ich möchte ein kleines Thema ansprechen, bzw. es ist eigentlich kein Thema, aber eine geile Aktion auf jeden Fall. Nämlich, ich werde am Samstag ab 3 Uhr Black Ops 2 richtig durchsuchten. Ja, so von hinten dem, mmmm, Doggy-Style-Stellung auf jeden Fall, richtig zerbersten. Nämlich, das Game fuckt mich einfach richtig ab. Letztens mit Patrick in der Lobby gewesen, ihr solltet ihn auch noch aus Road to Commander sehen. Richtig geile Serie, vier Parts, richtig nice. Auf jeden Fall, ähm, war es halt so, ein von Nuklear, gleich die nächste Runde, richtige Hacker-Lobby. Das waren sogar noch Clan-Leute. Boah, hab ich mich da wieder eingeschissen, was für Lutscher, ganz ehrlich, ey, lutscht mir ein. Und danach erstmal ein Typ, der, wo einfach die Lobby zusammengebrochen ist, wo er sein Nuklear nicht bekommen hat, ey. Ach, Gott, oh Gott. Black Ops 2 einfach nur, sag ich dazu. Auf jeden Fall, jeder, der Bock hat, bzw. jeder, der Black Ops 2 hat, kann auf jeden Fall Striff Nero, den tue ich sonst mal in die Beschreibung. Den könnt ihr auf jeden Fall adden auf Skype. Sonst kommt ihr auf unseren TS. Der sollte, glaube ich, in der Kanal-Info sein. Und, ähm, ja, addet einfach den neuen PSN-Namen, äh, den neuen PSN-Account, Victory Obito. Den tue ich sonst, äh, tue ich natürlich auch in die Beschreibung rein. Den könnt ihr mich da auf jeden Fall adden, dann zocken wir zusammen. Wenn ihr da natürlich Bock drauf habt, irgendwie im Video dabei zu sein, einfach ein bisschen was zu sagen, mit mir zu schnacken oder sonst was. Und halt im Video dabei zu sein, könnt ihr auf jeden Fall dabei sein. Ich weiß nicht, wie oft ich dabei gesagt habe. Auf jeden Fall geht's nämlich darum, dass wir einfach Abschied von Black Ops 2 feiern, einfach dieses Spiel richtig zerbörsten. Jeden Tag, äh, halt, was wir an diesem einen Tag alles aufgenommen haben. Wir werden locker fünf Stunden oder mehr aufnehmen. Das werden wir alles, ähm, nicht am Stück, das wird meine Leitung einfach nicht packen, sondern immer ein paar Parts hochladen. Ähm, alles sind wahrscheinlich nicht an einem Tag, aber so die Tage kommt's. Und danach werde ich das Game richtig zerstören mit all meiner Macht. All meiner Macht, ich scherr. Nein, Spaß, hoffentlich, klar, dislike keiner sofort. Auf jeden Fall, hoffe ich auf jeden Fall, sowas gefällt euch. Wenn ihr Bock habt mitzuzocken, einfach reden, zockt mit. Ich weiß auf jeden Fall, dass Patrick dabei ist. Ich versuche noch ein paar Leute aus dem Clan zu überreden, da ein bisschen mitzuzocken. Ähm, und ja, vielleicht ein paar Leute, die jetzt Black Ops 2 haben. Die meisten von mir jetzt nicht am Start von den Real-Life-Kollegen. Aber vielleicht besorgen sie sich noch bis zu diesem Datum. Und ja, ich hoffe einfach, dass es richtig geil bei euch ankommt. Liked auf jeden Fall das Video, wenn ihr sagt, ähm, ist eine geile Aktion, was du da machst. Abschied mit, boah, alter Fuck, man. Abschied mit BO2. Und, ähm, ja. Also, ich möchte einfach mal eure Meinung haben zu Black Ops 2. Ob man das Game einfach noch suchten kann, oder. Das kann, ich, meiner Meinung nach einfach, das Spiel ist letzte Dreck geworden. Das geht einfach nicht mehr. Boah. Ganz ehrlich, in den letzten Tagen war es wirklich schlimm. Und ich möchte einfach nur sagen, Ich freue mich so auf AdWords, boah, ne. Boah, Alter. Oder FIFA 15. Ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein bisschen, ähm, eigentlich nur ein Informationsvideo. Sollte jetzt nicht witzig sein oder sonst was. Einfach nur, ich wollte einfach nur sagen, was Sache ist. Haut rein. Liked das Video am besten noch. Drei Likes. Ich share. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und die Idee sagt, ciao.